Musik Diese Taschenlampen Returnal Magical wurde ungefähr 1935 von der englischen Firma Ensign Limited in den Verkauf gebracht. Ensign Limited war damals die Vertriebsgesellschaft des traditionsreichen Unternehmens Hood & Butcher Limited. Dieses beschäftigte sich bereits seit 1839 mit der Daggerreotypie und später mit der Produktion zahlreicher fotografischer Erzeugnisse. Deren Produktionsstätte in Wolfhomstow, England, galt als die größte Kamerafabrik im britischen Empire. Das Grundgehäuse der Laterna Magica ist Teil einer Eisenbahntaschenlampe. Es wurde aus Stahlblech in der damaligen Tschechoslowakei hergestellt. Der ganze Rest, das heißt Design, Druck, Vertrieb und so weiter, wurden von England aus erledigt. Heute ist dieses besondere Exponat ein Teil der Sammlung Diamantakis. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020